Das Tolle daran finde ich, dass ich jetzt so das Gefühl habe, ich habe einen guten und leichten Zugang zu den Kindern. Also wie gesagt, kenne ich ja schon andere Methoden und da hat mir so der leichte Zugang gefehlt. Und das habe ich hier gefunden. Ich bin Heilpraktikerin und Kunsttherapeutin und ich möchte verstärkt mit Kindern arbeiten. Dann habe ich im Internet herumgesucht. Und bin dann auf IPE gestoßen. Ich bin auch noch auf andere Adressen gestoßen, aber IPE hat mir am besten gefallen. Und dann habe ich mir auch diese Teilnehmerstimmen angehört. Und dann habe ich gedacht, naja, was die da so erzählen, das hört sich ja alles so euphorisch an. Naja, das mal stimmt. Habe dann angerufen, E-Mail geschrieben und bekam dann auch schon länger den Newsletter. Und dann habe ich mir gedacht, nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Und dann habe ich mich endlich angemeldet. Und ich muss sagen, ich bin dann jetzt genauso begeistert wie all diese anderen Teilnehmer. Und Daniel sagt immer, im ersten Kurs am Ende fällt alles an seinen Platz. Und für mich ist jetzt meine gesamte Ausbildung quasi so an ihren Platz gefallen. Jetzt habe ich was gefunden, wo meine ganze Erfahrung auch mit reinfließen kann. Und ich bin total froh, ich fühle mich so wie zu Hause angekommen. Und ich möchte auch da mitmachen bei IPE. Also er ist geduldig mit uns. Und er bringt das Ganze so rüber, dass es interessant ist und dass wir in der kurzen Zeit viel schnell auffassen können. Ich freue mich, dass ich da bin und dass es weitergeht. Und es ist total interessant und spannend. Und ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.